Willkommen zurück zu Ninja Guiden 3. Wie ihr seht, habe ich die Stelle geschafft. Es war verdammt hart. Ich bin auch ein bisschen noch genervt davon. Und ich sehe schon, ich kriege die Tür nicht auf. Das ist Punkt 1. Und der nächste Punkt ist, es geht genauso weiter, wie es aufgehört hat. Oh Gott. Aber bitte nicht so viele nochmal. Das wäre echt... Also, ich wäre wahnsinnig dankbar, wenn das nicht nochmal passieren würde. Immer wenn du einen von denen erledigt hast, kommt der nächste Albtraum. Und wir sind immer noch in diesem komischen, virtuellen Ding, oder? Definitiv. Ich bin mir fast sicher. Komm. Er trifft nicht, er trifft nicht, das macht mir keinen Spaß. Und dann kommen die außen nichts mit ihrer Attacke. Dann können die außen nichts mit ihrer Greifattacke. Und alles ist für die Gans. Ist doch so. Wo ist er? Komm. Er hört jetzt doch nichts mehr aus. Ja. Oh. Wow, ich habe schon wieder... Oh, ich habe schon wieder gezögert. Warum tue ich das? Warum tue ich das denn? Weiter auf die Tasten kloppen. Da geht's lang. Okay. Ich dachte, ich hasse die unsichtbaren Gegner. Von wegen. Ich habe einen neuen Hass. Na Gott, ich habe so viele von denen schon besiegt. Kriegen wir das auch hin. Geh doch bitte down. Oh, ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr. Und dich auch. Beide hasse ich. Okay, der war gut. Der war gut, der war gut. Der war gut. So weitermachen. Ja, genau. So weitermachen, so weitermachen, so weitermachen. Ja, Mann. Oh, das sind immer noch so viele. Es sind so verdammt viele. Gleich gibt es keine Überlebenden mehr hier. Ich giss es. Zwei davon natürlich. Jetzt läuft es gerade gar nicht schlecht. Jetzt läuft es gerade gar nicht schlecht. Das muss jetzt so weitergehen. Nein. Nein. Das war echt. Das war. Das hätte nicht passieren dürfen. Oh, ich hasse dich dafür. Oh, wenn er dich so oft hintereinander macht. Ich kann. Oh. Gott. Oh, Leute. Das macht einen so sauer. Das gibt es nicht. Solche unfairen Stellen. Erledigt. Ich möchte auf hell stellen. Ich möchte es leicht haben. Geht baden, Mann. Das reicht jetzt. Das reicht wirklich. Oh, das reicht auch. Oh, nein. Oh. Oh, Gott. Noch mal zwei von denen, ey. Von wegen zwei von denen. Das wäre noch. Jetzt kommen gleich die Schlangen dazu. Jetzt sehen wir doch nichts. Und dann machen wir das Ganze fünfmal noch. Und dann darf ich diesen Raum verlassen. Ja, es ist so geil. Und jedes Mal, wenn wir dich packen wollen, dann packen wir dich auch. Das ist doch kein Problem. Beschwerden kannst du nicht woanders. Du bist hier bei Ninja-Guiden hier. Wirst du dich beschwert? Nein. Ja, du spielst es zu hart oder du bist zu schwach, Mann. Das ist... Oder irgendwie so... Ich rede Blödsinn. Egal, Mann. Ich bin doch genervt. Was soll ich machen? Das macht mich wahnsinnig. Komm. Geh. Sterben. Geh auf. Ich hab den Vogel gehört. Ich hab genau den Vogel gehört. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Da ist er. Oh, wir speichern erst mal. Kann ich mich halbwegs sicher fühlen. Oh, nun? Ja, wieder hier. Aber auf der anderen Seite, oder was? Okay. Warum bin ich hier reingegangen? Ach, zum Speichern wahrscheinlich. Mann, ich bin mir nicht. Mann, es ist das Blut. Du, du bist der Ninja! Es ist gefährlich hier. Du sollst gehen. Du kamst für die Mädchen? Ja. Okay. Ich habe Zugang zum Elevator. Ich nehme dich nach dem höchsten Level. Ein Trick. Warum machst du das? Ich habe eine kleine Mädchen, um sie zu sehen. Oder sie war, die letzte Mal gesehen habe ich sie. Nachdem ich dich verletzt habe, bin ich zurück zu ihr. Okay, hier geht's weiter. Lass mich raten. 7000 Gegner. Oh, Arsch, ey. Das muss echt nicht sein. Es müssen nicht immer alle netten, halbwegs netten Leute hier sterben in diesem Spiel. Das ist doch ernsthaft, ey. Naja, sowas ist eklig. Der erzählt, er will zu seiner Tochter und in der nächsten Sekunde wird er abgeschlachtet. Das ist... Ach, Mann, ey. Ich weiß nicht. Oder lebt er noch? Wird ich den da gerade rumlaufen sehen? Wahrscheinlich nicht. Ja, eingebildet. Aber das gibt auch Rache, ey. So. Oh, mein Gott. Wie soll das hier weitergehen, Leute? Wie soll das hier weitergehen? Oh, okay. Ich seh schon. So geht's weiter. Ganz toll. Ganz toll. Ist auch noch ein guter Treffer gelandet, natürlich. Und das trifft auch gleich. War klar. Mag ich das Spiel eigentlich? Ja, ich mag das Spiel. Ich find es gut. Aber... Ich sag mal so, ne. Es ist schon, ähm... Ja. Ein wenig sehr, sehr, sehr geradlinig. Das ist... Bisschen... ...mehr Adventure. Hätt's vielleicht vertragen können. An diesem Punkt. Kann ich das jetzt mal so sagen. Ähm... Und, ja. Die Gegner... Hm... Ja. Ich würd fast sagen... Jetzt werden mich die meisten Ninja-Guiden-Fans dafür umbringen, wahrscheinlich. Aber... Ein Tick leichter wär okay. Ja. Ein Tick leichter... Wär definitiv okay für mich. Dann wär's immer noch schwer genug... ...für die richtig guten... Ja, nee. Also, die können ja... ...packen. Vierte Schwierigkeitsstufe ein. Irgendwann, weil wir was zwischen... Zwischen Held und diesem hier. Wär für mich okay gewesen. Ich bin einfach viel zu casual. Ey. Das ist schrecklich mit mir. So ein casual-Gamer. Ich muss einfach mal wieder mehr zocken, hab ich so das Gefühl. Oh, jetzt haben wir den Salat. Oder auch nicht. Das ist im Grunde gut. Es zieht sich jetzt zwar unnötig lange... ...was ich alle erwischt habe. Mann. Aber dafür bin ich mir sicher, dass ich jetzt einfach in Ruhe alle töten kann. So. Lass die nichts mehr machen. Warum machen die denn nichts? Ich versteh das nicht. Hat da für irgendjemand eine Erklärung? Wahrscheinlich nicht. So, die Attacke ist sicherer. Der starke Schlag. So, wer lebt denn noch? Er lebt ja fast jeder noch. Ja, das wäre schön, wenn ich jetzt alle so angreifen würde. Dann würde es wenigstens schnell gehen. Komm. Wo geht es lang? Hier. Habe ich denn alle? Ich bin mir da gerade echt unsicher. Aber ich sehe keinen. Dann wird das wohl passen. Ja. Ach, da kommen die Nächsten. Ja. Tot. Und auch du. Äh, nee, nicht. Kein Problem für den Meister. Ja. Und falsch gegangen. Wunderbar. Kein Problem für den Meister. Nein! 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 Kanna! Du bist okay? Du bist sicherer? Du bist sicherer. Wo ist Cliff? Der Mizuki? Der Mizuki? Der Frau. Na, ob das so einfach wird, ähm, okay, ich muss sie tragen, benutzen die Ärzte umgehen, wenn sie L1 gedrückt halten, okay. Okay. Und wie mach ich das jetzt mit... Ah, ich muss wahrscheinlich niemanden mehr töten, das wär ja gut. Kann sich einfach nur raustragen. Okay, die soll sich halt nicht die ganzen Leichen da angucken, ne? Oh, nicht wirklich. Nicht wirklich, ich muss rennen. Oh Gott sei Dank, ich muss vor denen flüchten. Das wär jetzt auch echt, das wär, das wär zu viel des Guten. Das sind ja... Ey, das sind so viele, das geht ja gar nicht. Das macht nichts, das macht nichts. Oh, jetzt... Ey, Rio. Das hat viel zu lange gedauert. Ich krieg nur Angst hier. Oh, das ist, das ist was Bossmäßiges. Oder? Na, vielleicht täusche ich mich. Ja, ich täusche mich, Gott sei Dank. Dafür dann hier. Was ist das? Die Ecke von einem Gott. Was? Kanna! Ich war so worried about you. Ich bin so sorry. Sie hatten Kanna. Ich hatte keine Wahl. Das ist okay. Was willst du? Der modern Alchemist macht die Träume des Gott. Gott sei Dank. Ich wünsche mir die Erreignung eines neuen Welt. Wir haben ein kleines Bild von deinem Blut, während du schlappst. Ein Dach von deinem Dänen Dragon Ninja. Du bist alle von der Dragon-Güse, nicht wahr? Während du nicht in diesem Prototypen hier, wird es ein wichtiges Produkt, wenn die Zeit kommt, um einen neuen Gott zu geben. Du wisst, ich denke, du kannst auch etwas in der Mix. Tschüss! Was ist das? Da steht uns was Schlimmes bevor, Leute, aber das machen wir im nächsten Part. Bis dann und ciao!